Ach ja, Banana Gang, für alle, die es nicht wissen, ab 982.000 Abonnenten zeige ich mich. Ich würde mich wirklich freuen, wenn du das Video likest, den Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst. Und wenn nicht, ja, mach mal trotzdem, bitte. Danke. Was geht... Was... Boah, du kleiner... Spaß, 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 chill, chill. Was geht, was geht, Banana Gang? Hoffe, ihr habt alle genug Wasser gegessen und ganz viel Schnee getrunken. Die neuen Flugzeuge sind da und Wannabe und ich dachten uns, wir müssen direkt ein Video machen. Die Aufgabe ist ganz klar, ich darf das Flugzeug nicht verlassen bzw. nicht den Boden berühren. Und die OGs unter euch, schreibt mir in die Kommentare, ihr wisst von damals, wie OP diese Flugzeuge sind. Nur ein wahrer OG weiß das, wir können sogar PA Sports abgefragen. PA Sports, sind die Flugzeuge OP? Ja. Bin ich der beste YouTuber? Ja. Mach ich die besten Videos? Nein. Mach ich Clickbait-Videos? Ja. Ja, okay, okay. Ich bin so dumm, ey. Ich hoffe, ihr habt das Prinzip verstanden. Wannabe darf den Boden berühren, ich nicht. Und wir müssen den epischen Sieg holen. Ich würde sagen, ich fackel, lackel, mackel nicht rum. Wenn du mich unterstützen möchtest, dann trag bitte jetzt meinen Creator-Code BREXIS-YT ein. Stimmt's, PA Sports? Ja. Ich schwöre auf alles, PA Sports Abi ist der Beste. Weißt du, was wir machen? Äh, nee. Wir schnappen uns beide ein Flugzeug bei Clash and Park, ja? Oder du kommst bei mir und wir müssen... Du weißt doch, wie OP die Flugzeuge damals waren. Dann kommen sie wieder da. Ein epischen Sieg, ja. Die sind wieder da. Komm einfach mit. Boah, nee. Lass mal was anderes spielen. Einen epischen Sieg müssen wir damit holen, okay? Und wir dürfen nicht aussteigen. Wir müssten doch genau hier sein. Ist das ein Prank-Video? Ey, ich hab keinen Bock mehr auf solche Aufnahmen. Ich sag's dir ganz ehrlich, wie's ist. Hä? Hier ist das Flugzeug. Komm rein, komm rein, Bruder. Hier. Warte mal, die müssten doch hier sein oder willst du mich pranken gerade? Ist das wieder so eine tote Runde? Nee, hier ist echt keins. Deswegen hatte ich auch gerade keine. Die ist vorne echt random. Hä? Wo sind die, Digga? Wo bist du mein... Fortnite-Flugzeug. Doch, das ist echt da. Das ist echt da. Hä? Jetzt geht ein Sitz schon im Flugzeug drin. Wir brauchen Waffen, Bro. Er verpüsst dich wieder. Warte, wir brauchen Waffen. Warte, wir brauchen Waffen. Wir brauchen Waffen. Okay, auf geht's. Let's go. Okay, let's go. Bist du bereit? Okay. Ich war gekillt. Achso, den genockt. Warte, welches nehmen wir? Du musst jetzt eins aussuchen, wo voll Tank ist. Den, den. Ja, es geht los. Kommst du bitte? Ich habe einen genockt, hä? Let's go. Warte mal. Okay, hast du ja ledig. Da unten sind Gegner. Direkt hier irgendwo. Achso, wir brauchen eigentlich die Sachen da, ne? Fliegt man dir Luft und ich hole mal Tankdinge. Ich habe einen genockt. Aber ich studiert hier gerade alles. Bro, das ist 2P. Hast du die Tanke in die Luft gejagt? Warum kommt der Flugzeug runter? Was passiert dir gerade? Ich habe gerade einen genockt. Ich habe gerade echt einen genockt, ne? Das ist einfach unglaublich. Das ist ein echt leichtes Problem hier. Na, Schneemann, wohin? Was will der von mir? Ich möchte nur die Tanks haben, Junge. Ich will dir keine Ärger haben. Bro, das ist so krank. Ich greife jetzt an. Hier gibt es keine Tanks. Warte, Bruder. Oh mein Gott. Ich habe einen Tod. Oh mein Gott. Wir müssen abhauen. Hier gibt es keine Tanks. Ja, let's go. Wo bist du? Ich hole dich ab. Ich hole dich ab. Ich hole dich ab. Ich bin daneben. Ich bin daneben. Ich bin daneben. Er kommt einfach runter. Komm. Aber er hat nichts mehr. Ich habe ihn genockt. Da wird einer wiederbelebt. Da wird einer wiederbelebt. Wo, 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 wo. Gehst du zum Respawn-Bus? Wo ist der Respawn-Bus? Ich sehe dich nicht. Er ist schon wiederbelebt worden. Bruder, scheiß drauf. Scheiß drauf. Wir holen ihn jetzt. Ich habe ihn wieder genockt. Ey. Können Sie mich bitte abholen? Ja. Tank ist leer, oder? Nein, ich habe ein kleines Problem. Ja, steckst du ganz schön fest. Ja. Kommst du her? Steck auf. Ich bin da. Ja. Warte, habe ich Tank? Ich weiß es nicht. Das hört sich irgendwie nicht nach Tank an. Aber jetzt aber, oder? Jetzt kannst du kommen. Perfekt. Warte, ich bin aber auch höchstere Eisenbahn. Ja, ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Weg hier. Bruder, gib Gas. Jetzt aber schnell. Jetzt aber schnell. Jetzt wird der Ultra-Turbo eingeschaltet. Ist das weit? Ja, Bruder. Ich sage mal so, wie es ist. Wir haben sehr wenig Sprit. Drück, booste, booste, bitte. Wir haben keinen Sprit mehr. Was war denn runter? Was? Vor allem ich überlebe, oder? Nein, doch nicht. Kannst du mal ein bisschen dauern. Ich bin nicht runtergefallen, Bruder. Ich bin noch in der Luft. Oh mein Gott, IQ Play. Ich bin noch in der Luft und er sieht mich nicht. Oh mein Gott. Kann er nicht sehen. Ist er los? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Du glaubst das nicht. Du glaubst. Du wirst gleich denken, wo bist du? Ich bin jetzt original eine Banane auf dem Baum. Ach so. Oh mein Gott. Aber ich bin nicht auf dem Baum. Du kannst mich abholen. Safe. Okay, 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 okay. Ich bin auf dem Weg. Oh mein Gott. Ich bin auf dem Weg. Oh mein Gott. Ich mache einfach nichts. Oh nein, hier kommt einer, Bruder. Bitte bei dir. Ein ganzes Ding. Ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Baum, Bruder. Guck doch auf die Karte. Bin ich gut wieder? Eigentlich nicht so gut wieder, aber ich bin auf dem Weg. Digga, will er mich abonnieren? Die sehen mich einfach nicht. Guck mal. Guck mal. Siehst du meine Schüsse? Oh mein Gott. Nein, ich sehe gar nichts, Bruder. Warte, die sind noch hier. Geh am besten erst mal weg. Sie sehen jetzt, wo ich bin. Ja, ja, ja. Nicht kaputt, Mann. Bruder, wie viele sind hier? Wollen Sie bitte rein? Hallo? Ja, ich bin drin. Geh, 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 geh. Können Sie bitte fliegen? Ich tanke auf. Ja, ich kann nicht wechseln. Wir brauchen ein neues Flugzeug. Nein. Ist da oben noch eins? Bruder. Wir müssen los, geht's. Wir müssen los, geht's. Ich mach Abwehrfeuer. Ja, kannst du den Baum kaputt machen? Ja. Du kannst auch schießen. Ach, stimmt. Hä? Natürlich. Hä? Ich bin so los. Wir brauchen ein neues Flugzeug. Dann lass noch Pleasant Park, weil da ist eins. Okay, let's go. Markier mal bitte Pleasant Park. Oder wir gehen nach Dingen in Ziel. Warte mal, warte mal. Wir gehen nach, äh, 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 äh. Sie wissen schon, was ich meine. Hier. Meinst du, da ist was? Ja, ja. Okay. Sag nur, wie viel Benzin immer. Du bist, hör auf damit. Drück doch nicht diese magische Tasse. Du bist so irre. Ich hab gar nichts gemacht. Gar nichts. Ey, bist du voll? Da ist ein Slurp-Wagen. Ich bin fast fool. Ja. Genau. Genau. Warte, ich hab ne Idee. Warte, warte, warte. Er macht da nichts, ne? Ich seh deine Idee. Ich hab ihn gefangen. Ich hab ihn gefangen. Ich hab ihn gefangen. Ich hab ihn gefangen. Pack ihn, kannst du ihn packen und mitnehmen? Pack ihn. Vielleicht. Ja, aber mal gucken, ob ich rein kann. Ja, lande. Das wären die Entführung des Jahres. Ey, das, die entführen ihn einfach. So rein. Ja. Das fliegt hoch und ich werfe ihn runter. Ja, 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 ja. Das sieht echt scheiße für dich aus, Kollege. Soll ich ihn runterwerfen? Mein Gott, warte. Jetzt kannst du ihn runterwerfen. Okay, tschüss. 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 Wie läppsch ist das denn? Ist er tot? Er ist tot. Ja, ja. Oha. Das ist ja das übertrieben läppscheste. Oh mein Gott. Das ist einer im Osten. Wo, was heißt Osten? Bei dem Holzfelderlager. Ich werfe hier mal ein paar von denen hier. Okay, wenn ich das schon sehe, Bruder, wir sehen uns morgen, Digga, wenn ich das schon sehe. Tank ist gleich, ne? Feuer ist auch noch einer. Oh mein Gott, der ist da und der ist gleich da und der ist gleich da und der ist gleich. Ich hab ihn, ich hab ihn. Oh, du hast ihn zerstört. Der andere wurde auch zerstört. Lol, da ist noch einer bei dem Holz. Der guckt zu, der guckt zu. Schneemänner for life, ja, da wo der grüne Truck ist. Da, der looted den anderen gerade, geradeaus. Da, oder was? Da? Ja, ich werfe Schneemänner dahin. Ja, weiter vorne, geradeaus. Ach da, okay, okay. Schade, ich bin nicht gefangen. Der Snipe. Ich hab ihn ein paar Mal getroffen. Ich auch. Meine Wacht ist leer. Zieh dich um, kannst du schießen? Ich hab null Muni. Ich kann nur mit Schneemänner werfen, selbst da hab ich nichts mehr. Ich hab ihn, ich hab ihn. Warte, warte, ich hol ihn, ich hol ihn. Entfühle ihn, wir entfühle ihn. Der Arme, der Arme, der Arme. Oh Gott, der wird verhört, das war nicht klug. Doch, das war ganz okay. Perfekt. Ich hab ihn. Komm jetzt, ich komm jetzt. Da sind seine Mates hinten. Nimm doch noch Munition oder so. Ist egal, ist egal. Stell auf, stell auf. Warte, bin ich drin, bin ich drin. Es geht grad nicht. Komm rauf, auf der anderen Seite. Ja, 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 let's go. Da ist sein Mates. Ich geh schnell weg. Wo ist sein Mates? Ihr könnt ihn gleich wieder haben. Wo ist sein Mates? Ach, warum? Wir sind beide Schneemänner geworden. Schneemänner. So, jetzt. Und tschüss. Das ist so läppsch. Ist das läppsch. Boah, er hat keine Chance, er hat keine Chance, er hat keine Chance. Alter. Keine Chance. Das ist zu op. Warte, das ist doch noch sein Kollege. Ich bin low, ich bin low, du musst tanken. Wo bist du? Komm zurück, komm zurück. Ich hab nur ne Waffe geholt. Da schießt noch einer auf dich. Ja, ist egal, ist egal. Komm zurück. Stell auf. Äh, irgendwas hat mich runtergeschossen. Okay, weißt du was? Ich fliege hoch. Komm zurück, komm zurück. Ich kann nicht mehr. Mein Tank ist der, du musst kommen. Mein Tank ist der, ich kann nix machen. Das kriegt der selber auf die Fresse, der Polekopf, der ist so hohl, ey. Ich hab ein paar Mal getroffen. Hast du auch ein paar Mal getroffen? Kannst du den Baum da irgendwie vernichten? Ja. Ich vernichten. Ich werfe ein paar Schneemänner. Boah, die Pfeil. Bruder, wir sind einfach. Ich hab ein paar Schneemänner geworfen, hab ich einen getroffen? Ich bin nicht sicher. Wir machen einfach die Rolle, Bruder. Ist er da hinten drin? Ich hab ihn getroffen. Ich hab ihn getroffen. Ja, ich auch. Noch einmal. Der links ist low. Der links ist low. Kling hoch. Booster, Booster. 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 Du hast doch voll viel Leben. Was da warst du? Ich hab ihn nochmal getroffen. Wir müssen das gewinnen. Spritz das Hälfte, ist alles gut. Ich geh ganz nach oben. Boah, der trifft uns zu hart. Wir müssen uns das erst mal klären. Ich hab keine Muni. Ich hab keine Muni, Bruder. Du musst, ich... Ich tauschen wieder. Wir tauschen wieder. Wir tauschen wieder. Das war ein Fehler. Ja, wir sind am Arsch. Nein, lass dich noch gewöhnen. Das kann doch nicht wahr sein. Das wird noch nicht berührt, Bruder. Du musst das jetzt machen. Dann bleib im Baum oder sowas. Ich bin im Auto drin. Zählt das? Nein, aber ich hab den Muni noch nicht berührt. Nein. Ich muss uns wegmachen. Er kommt, er kommt. Trick 17. Wo ist der? Da drin. Ich bin ausgestiegen. Er hat mich tot. Er hat mich tot. Ich kann ihn nicht mehr. Ich weiß nicht. Nein, der ist weg, der ist weg, der ist weg. Ich wollte, ich wollte, ich wollte. Du hast das, Bruder. Er hat da gerade Probleme mit meinem Dings. Ich hab halt keine Matze mehr. Oh mein Gott. Let's go. Scheiße. Nein. War geil. War richtig geil. War richtig geil. じゃ? War richtig geil. ilsasio. War richtig geil. War richtig geil. War richtig geil.